Wir, die Simba Dicke Gruppe, einer der führenden Spielwarenhersteller, optimieren schon seit Jahren mit Klingkammer Intralogistics unsere Logistikzentren in Deutschland. Unser Werkverkauf hier am Standort in Sonnewerk vermittelt einen kleinen Eindruck davon, wie reichhaltig unser Sortiment ist. Moderne Kommissionierarbeitsplätze ermöglichen ein ökonomisches Multi-Order-Picking und vereinfacht unsere Prozesse erheblich. Ein automatisches Kleinteilelager, ein fünffach tiefes Palettenhochregalager sorgen für eine platzsparende und effiziente Lagerung hier am Standort. Musik 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 Musik